So Leute, willkommen zu einer Folge Aura mit Klaas. Und ich habe endlich mal ein Aura-Buy-Hashtag. Ich hasse eigentlich Weihand-Aura. Ich renne zu Pixel-Wolf. Ganz ehrlich, ich hasse Aura. Ich renne zu Pixel-Wolf geradeaus und dann links. Nein, ich hasse Pixel-Wolf. Aber da ist das am Anfang am besten. Ich geh, ich geh, ich geh. Das ist n'er so. Heh, verbiss mich. Viel Spaß dabei. Ach scheiße, das geht ja gar nicht. Fuck, da war ja was. Was? Ähm, 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 äh, was da aus? Kommt, geht so hoch. Baumhaus von Lunge. Ja, wow. Nein, nein, ich hab' ich runtergeschossen. Nein! Das ist nicht tot. Oh nein. Scheiße. Du! Ich bin tot blöd. Wie kam, wie kam es schon wieder? Oh man, jetzt hab' ich die Spektaten. Ull. Wie ist das denn? Oh! Schon wieder. Ähm. Hä, wie hast du, wie konntest du nicht runterschlagen? Ich hab' nicht, äh, weit genug, also die Enderperle ist am Haus abgeprallen, so sah es zumindest aus. Und hat das Haus oben gestriffen, aber an so einer Streitstelle, dass ich einfach untergefallen bin. Ja. Ja, soviel zum Thema Skills. Hätt' es einmal gesagt. Ja? Ne, aber wenn das kein Uwe jetzt wäre, kein Uwe würde es jetzt mal wieder so auf, 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 ja. Oh! Oh, ich seh' dich gar nicht mehr. Scheiße, ich hab' dich übersehen. Ähm, Leute, ich hab' übrigens Mod drin, ne? Ähm. Ihr kennt ja alle Forge und so, und, äh, jetzt, ähm, Chess ISP ist jetzt ja für Forge freigegeben. So, und, ich hatte das grad' an. Oh, excuse me. Wenn ich mich jetzt wusste, man hätte, dann wird man das auch sehen, weil ich dieses komische Beta-PVP anhab, aber... ...alles andere, ne, Status hat, oder so heißt es, glaub ich, keine Ahnung, ich hab. Pfff. Guck. 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 Dann langen Dauer, ACH. Oh! Ich hab' den getötet. Ich hasse dieses Spiel, ich hasse dieses Spiel, ich hasse dieses Spiel. Ich konnte so abkotzen. Jetzt kann ich, jetzt kann ich, warte mal, ich machen so F 1, jetzt kann ich wenig nicht den Spectator spielen. Und noch einer! Ooh, läuft bei mir! Hoffentlich kommt der nie wieder hoch. Hat er verdient,rying. dort, 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 hier. Ja, zumindest, es ist ein bisschenversichtiger sein, weil sonst lang. Und ich kann doch weg, da, 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 da. Oh, du hast Glück gehabt. Ich gehe mal auf, und das ist ein Problem. Das Wasser, denk dran, das ist das Wasser. Was einer hinter dir? Ich finde, ein Rettungswerk. Wo bist du? ich bin Stuttgart ach du bist so weiter das war er doch das ist immer noch vier die die wir sagen für dich nach auch nicht schaffst du es noch ein dummer fehlenden er hat das eine zu verzeichnen so dumm kann man gar nicht sein von und hat das nicht ist aber ich habe von wo war das Prozent von Spornes wo alles von am Anfang geworfen und wollte versuchen auf zungere Zwickau ich immer zu Pixel wohl fremd oder hat an sich einer er über zu bauen zum Dings zum Plantage über die Hunde nicht Warte kurz. Au. Noch nicht. Einer ist so rund um das Haus, oder nicht? Ne, es lebt nur noch vier. Ja, du und ein paar andere. Frei. Ich bin das Spectator, weil ich die Spectator. Beste Runde ever. Oh, damit hat er nicht gerechnet. Oh, ich bin falsch an der Kleine. Stücke. Musikgeräusche auf. Bopopopopop. 18.12, das reicht. Wer bestwertet, sich im Auge behalten, weil... Ähm, du hast schon, dass ihr welche, glaube ich, Team, ne? Oder doch nicht. Oder doch, oder nicht. Ähm. Hä, wo sind der eine andere? Was war denn? Was war denn? Was war denn noch? Das dauert ein bisschen. Du bist... Zum Glück, du bist da. Wie viel Leben hast du noch? Voll. Oh Gott. Loll! Ihr habt gesehen, ich habe einen Zaum gebackt. Ja, ähm, nächste Runde spielen wir dann... Das war eigentlich Bad Wars. Oder? Ich werde etwas vor dem hier hochlaufen. Ja, komm, stirb. Stirb, weil du so es nicht bist. Stirb, du Lappeln, geh dich vergraben. Und von vorne. 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 Oh, 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 oh. Hat er es Gott, Herr, du hast nicht mehr für gegessen. Er steckt ein Doppel. Ich würde erst mal mich irgendwo verkämpfen. Das ist wirklich nur noch... Einer da ist. trendrul? Ja, wie lange soll ich hier noch gehen? Ganz ehrlich. Zum Glück hat man... Zum Glück hat man... ...loil! Wie die alle rumlegen! Ja, das leckt wie wirklich rum sheilig. Weil es bei mir geht, wenn der so nimmt. So. Und der zweite ist auch noch Turt, ne? Ja, da ist eben noch... Oha, die navegültende Böde. heute habe ich gebeten, ich habe ihn nicht mehr geschlagen. Hat er ein Stabblick drin? Nein, hat er nicht. hat man gerade, das sah gerade so aus, er hat also bei mir schiengeblieben ist auf der Stelle, das ist nur einmal. Also ich aus Schock, Mann, ich hatte den, hoppla der leckt soll ich schreiben, Blödes? Ich hatte einen... gewonnen und gewonnen mit der abwarten eigentlich was er cool an eigentlich passt ganz ehrlich eigentlich passen haben gerade gar nicht zu diesem scheiß Spielmodus weil ich den Null kann es gebe ich zu in der Wurst er gesagt das war's für diese Folge weil sie trennen ein Thema pro Folge würde ich sagen die Tatsache für die Unterkühle wenn wir auch ja jetzt nicht mehr ein ich würde mal sagen ob es leichter Boden er so leute danke fürs ich würde von der Wurst tschau